6.34 Uhr ist es. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind und sehr, sehr schön, dass ihr immer noch da seid. Lisha und Lou. Warum sagt sie immer das Gleiche? Ja, warum sagst du immer das Gleiche? Äh, lasst uns über euch sprechen. Ihr wart ja im Sommerhaus der Stars und habt da praktisch mit jedem anderen Pärchen im Haus häufiger Zöpfchen gehabt. Silly, warum redet sie wie ein Baby? Ich meine, die Frau ist 50 safe. Äh, mit wem hattet ihr denn Streit? Was denn für ein Streit? Ja, wer hat denn gestritten? Wir haben uns verteidigt, Leute. Wenn wir angegriffen wurden, haben wir uns verteidigt, gegen deren Lügen und hinter F***en Anfeindungen. Genau, hinter Piep-Anfeindungen. Äh, sag mal, Lisha-Mäuschen, du hast aber schon so ein kleines Aggressionsproblemchen, hm? Also erstens bin ich nicht dein Mäuschen, du Ekelhafte. Und zweitens, was meinst du mit Aggressionsproblemen? Es juckt mich nicht. Juckt sie nicht. Es geht mir am Arsch vorbei. Äh, jo, Silly, was ist das? Keine Ahnung, juckt mich nicht. Ey, das ist voll der fese Pickel, Mann. Nein, Silly, das ist ein Mückenstich. Ja, aber juckt es nicht. Ja, f*** dich, jetzt juckt es wieder. Ja, 6.38 Uhr ist es. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Und sehr, sehr, sehr schön, dass Sie jetzt wieder gehen. Lisha und Lu. Lahaha.